Moin, euer Michael hier von der Madison Discussion. Ich habe diese Woche Arttack für euch. Das sind schicke Caps aus Kanada. Genauer gesagt von P.J.L.A.T. Denn der hat im Herbst 2014 seine erste Kollektion auf den Markt geschoben. Und mit 4 verschiedenen Styles und in 4 verschiedenen Farben gibt es die bei uns im B2B Shop. Da haben wir auch ein kleines Special für euch. Denn ihr bekommt 10% auf die guten Dinger, wenn ihr bei uns bestellt. Unser Arttool hat sich gleich mal eine Arttack Cap gesichert. Macht es ihm gleich. Schaut direkt beim B2B vorbei. Bis nächste Woche, euer Michael.